Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Heute, ihr habt zum Titel gelesen, geht es um Betamap, eine Mod, wie ich sie mir in ARC regulär wünschen würde. So müsste die Karte in ARC sein, zumindest einigermaßen ein Part dieser Funktion würde ich ein bisschen feiern. Und um was geht es denn, Leute? Normalerweise kennt ihr, ihr macht die ARC-Karte auf und dann bekommt ihr die ganz normale Karte. Wenn ihr die Betamap-Mod drauf habt, dann bekommt ihr diese Karte dann gezeigt. Ihr könnt euch währenddessen nicht bewegen, falls ihr euch bewegen wollt, ganz kurz Escape und dann kommt ihr auch wieder aus der Animation raus, dann könnt ihr die Karte wegmachen. Also wenn irgendwie schnell sein muss und ihr wollt kurz auf die Karte gucken, kann man das einfach mit der Escape wegmachen. Was die Karte aber kann, Leute, ist mehrere Funktionen. Punkt eins, ihr habt eine Karte hier, die ihr ranzoomen könnt. Das heißt, ihr könnt an gewisse Orte, wo ihr hin möchtet, ich stehe ja zum Beispiel gerade hier, wir wollen aber gerne an den Punkten ein bisschen ranzoomen, dann seht ihr, wir können einfach hier hinzoomen. Wir können auf der Karte die Wegpunkte anzeigen lassen, die wir selber setzen, zeige ich euch gleich. Aber ihr seht auch zum Beispiel Tribe-Member. Also ihr wisst, wenn ihr mit einem Tribe zusammen spielt, ah, okay, der ist gerade da oben oder er ist gerade da unten. Ich meine, ich bin im Singleplayer, da kann ich das gerade nicht testen, weil auf dem Server haben wir die Mod nicht drauf. Aber damit könnt ihr auf jeden Fall eure Tribe-Mod auf der Karte anzeigen lassen, was ich eigentlich sehr geil finde, weil gerade dieses, oh, wo bist du denn gerade? Ja, ich bin so bei 25, 25, kann man einfach damit ein bisschen leichter sich anzeigen lassen. Die eigenen Wegpunkte könnt ihr hier unten setzen, indem ihr einfach auf Waypoint Manager geht. Dann macht ihr hier oben einfach, geht ihr hier auf das Plus und sagt, jo, ich will jetzt einen, keine Ahnung, blauen Markierung setzen. Nennt das zum Beispiel, ich mache einfach manches Berg, upsala, sorry, falls das laut war, tut es mir mega leid. Und dann sagt ihr, entweder ihr gebt die Location hier selber ein, also die, ich sage jetzt mal zum Beispiel 50, 50. Oder ihr sagt, wir nehmen den Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, weil ich stehe hier gerade bei 64, 41 Macht annehmen. Und zack, seht ihr, dass wir auf der Karte, genau wo ich jetzt gerade bin, hier den Punkt Berg bekommen. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Eingänge zu Höhlen, zu Artefakten, zu Farmspots markieren wollt, dann könnt ihr einfach, wo ihr wart, die Markierung setzen. Und der Vorteil ist, klickt ihr auf diesen Punkt drauf auf der Karte, dass er so rot markiert ist, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr hier eine Markierung seht, wie wenn ihr ein Dino normalerweise vom Original spieltippt und wisst, ah okay, genau da habe ich jetzt gerade an dieser Stelle habe ich gestanden. Zack, ihr bekommt die Markierung genau hier hin. Was halt mega entspannt ist, wenn ihr irgendwie zu einem gewissen Punkt wollt, einen Höhleneingang, kann man sehr, sehr gut damit nutzen, um sich die Punkte zu merken. Was aber auch geht, ist auch, dass ihr euch in Betten damit markieren könnt, ja. Wenn wir jetzt hingehen, und ich mache jetzt mal ganz kurz von S Plus, das glaube ich mit drauf, ja, weil die kann man nämlich ohne Fundament setzen. Einfach mal ein Bett setzen, geht aber wie gesagt mit normalen Betten auch, oder? Kann man ohne Fundament setzen? Normal eigentlich ja schon. Geht das hier nicht. Okay, ich muss erst ein Fundament setzen. Ich habe eigentlich, müsste S Plus auch ohne Fundament gehen, aber ist egal. So, machen wir jetzt mal ein Fundament und machen jetzt das Bett hier drauf. So, nennen das Bett jetzt auch mal als Beispiel Bett 1, ja. So, da ist meine Base, mein Außenposten, da lagere ich, was auch immer. Macht ihr jetzt die Karte auf, dann seht ihr, dass hier ein Bett ist. Steht so leider nicht dran, wie das Bett heißt, das ist leider hier nicht angezeigt, seht ihr, dass es einfach nur Simple Bett heißt, aber wir sehen, da ist ein Bett, markieren uns das Ganze rot, sehen wir auch, ah, okay, da hinten ist unser Bett. Falls wir mal bei einem Dunkeln seine Base nicht finden, wie auch immer, man kann es für mehrere Möglichkeiten benutzen. Und ich muss ehrlich gestehen, im Gesamtpaket finde ich diese Mod eigentlich sehr hilfreich. Es ist zwar nur kleine Sachen, auch Markierungen setzen, ich weiß, die normale A-Karte kann das auch, aber die Markierungen bei der normalen A-Karte verschwinden teilweise, ist dann ein bisschen doof zu setzen, da man nur diesen Punkt hat. Und hier ist es einfach super entspannt, wenn ihr irgendwelche speziellen Sachen haben wollt. Ich sage jetzt, ich sage mal als Beispiel, klar, wenn ihr irgendwelche Teleport-Mods nutzt, Leute, brauchen wir natürlich nicht unbedingt, aber nicht alle nutzen ja zum Beispiel Orson-Teleporter. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ihr sagt, hier drüben ist, glaube ich, Belia, ich glaube, hier irgendwo ist der Eingang, oder? Teue ich mich jetzt gerade? Ich glaube, kennt ihr das, wenn man so oft da nicht mehr hingeflogen ist? Auf jeden Fall irgendwo hier ist doch der Belia-Eingang zu dem Weltboss. Ich glaube, hier, oder? Ja. Er sagt, ah, hm, ich kann mir das nie merken, weil ich weiß, aber wo es ist. Ja, zack, einfach mal kurz vor die Tür gegangen, einen neuen Wegpunkt gesetzt, sagen jetzt, ah, neu, wir passen jetzt hier Weltboss, Geld passt zur Biene, machen wir Belia, sagen, jo, da, wo ich jetzt stehe und zack. Ja, jetzt habt ihr genau hier, wo wir jetzt gerade sind und auch wegen der Höhe, was ich auch ganz geil finde, weil es ja nicht nur die Koordinate sagt, sondern ihr habt jetzt auch die Höhe dadurch, wenn wir jetzt sagen, so, wir wollen jetzt den Ort suchen, dann seht ihr, dass wir auch da oben gestanden haben. Also es tut auch den Höhenpunkt ja mitsetzen und das heißt, ah, okay, wir wissen zwar von der Karte, das ist hier, aber wir wissen, dass es genau hier ist. Seht ihr, genau da, wo ich gerade, ja, nicht ganz, wo ich da gestanden habe, oder? Ah, ist nicht 100%, okay, gut. Es ist nicht ganz 100%, aber wir haben nicht da drüben gestanden, wir haben hier gestanden, aber die Höhe stimmt auf jeden Fall, die Höhe hat auf jeden Fall gestimmt, er hat den Punkt, vielen fällt später, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, es hat sich zwar in den Berg hier reingesetzt, aber im Endeffekt die Höhe ist das Wichtige, finde ich, auch teilweise, was mit angezeigt werden sollte, weil es gibt manchmal Eingänge, die sieht man zum Beispiel nicht und nur, weil ich die Koordinaten habe, heißt ja nicht immer, dass ich einen Eingang finde, ja. Es gibt hier im Schneebiom zum Beispiel auch einen Dungeon-Eingang, ich muss gerade gucken, ob ich ihn auf Anhieb finde, der irgendwie so kleine Feldspalte ist und bei sowas ist eine Höhenangabe ganz gut. Oder auch zum Beispiel ein Punkt ist, den man dafür sehr, sehr, sehr gut nutzen kann, ist, Leute, Unterwasser-Drops. Ja, es gibt ja, ihr kennt es, auf Karten Unterwasser-Loot, der immer etwas besser ist, also da kommt ja der beste Kram raus, aus diesen, auf Fjördo sind das Schatzkisten, auf Raken, da sind das rote Loot-Crates und da kommt mit, ja, mit der beste Loot raus. Ja, nicht der beste generell, aber mit der beste. Und die sind ja auf Fjördo zum Beispiel in so Schiffswracks und die sind ja unten im Wasser. Und somit könnt ihr auch hingehen und sagt jetzt, ich sage jetzt mal als Beispiel auch hier wieder, genau hier, wo ich jetzt bin, ist ein Schiffswrack. Also machen wir neuen Punkt auf, sagen, Schiff 1, markieren das rot für roten Loot-Job, meinen Location anzeigen, zack. So. Und dann wisst ihr auch in Zukunft, auch wenn es natürlich nicht exakt 100% eben bei Belia war, aber wir wissen auf jeden Fall, wenn wir jetzt hingehen, Schiff 1, dass das da unten war und besonders, dass das hier unten im Wasser war, wisst ihr? So, zack, dann wissen wir, okay, hier kann es doch nicht ganz, es muss doch tiefer gewesen sein, aber doch noch ein bisschen tiefer. Ah, hier, wisst ihr, manchmal hat das ja auch im Wasser verschiedene Ebenen und dafür finde ich es eigentlich sehr, sehr gut, dass man es auch dafür nutzen kann. So könnte man sich alle Schiffswrack, alle Unterwassertrops markieren und hat am Ende alle möglichen Punkte auf der Karte als Schnellreisepunkte markiert, oder? Weiß nicht, wie seht ihr das? Ich persönlich sage, das ist geil. Mir gefällt es. Ich kann euch auch ganz kurz auch mal die Mod-Seite zeigen, für die es nochmal sehen wollen, dass wir auch da nochmal ganz kurz drauf gehen. Das nehme ich jetzt einmal hier, die Better Map. Man muss dazu sagen, Leute, die Mod hat 16 MB, ja, die ist super, super klein. Ob ihr bei einem Server jetzt die 16 MB Mod noch laden müsst oder nicht, macht keinen großen Unterschied, ja. Also das ist wirklich so gut wie gar kein, fällt einem gar nicht auf, wenn man die noch mit reinpackt. Hier seht ihr nochmal beispielsweise mit den Betten, wie das markiert ist. Das sind auch nur die Betten, oder? Das ist beides der gleiche Screenshot, ja. So, also, und hier holt ihr nochmal dabei, das Works of Everywhere Map, also funktioniert auf allen Karten, Leute. Man kann auch hier nochmal ein paar Sachen ausschalten, dass man zum Beispiel sich Wegpunkte setzen kann, wenn das ein Server zum Beispiel nicht möchte. Dann könnt ihr auch das in eure Game Mini eintragen und dann wird, die Game User Setting müsste das sein. Ich könnte nochmal eintragen, ob Leute das, ob ihr das möchtet, dass sie sich Wegpunkte setzen. Wenn ihr das nicht möchtet, ist das auch im Endeffekt, ja, möglich. Mod kam am 16. September raus, wurde am 6. November geupdatet, also kam zumindest noch ein Update, hatten bis jetzt eine sehr, sehr gute Bewertung mit 5 Sternen, Leute. Also, ich kann es euch an Hand legen, ist ein kleiner Mod, vielleicht für eigentlich fast jeden Server sehr interessant, würde ich sagen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Mod findet, würde mich interessieren und euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.